Jede Menge Leckereien, Fashion, Accessoires, Beauty, Trends, alles für euch zusammengesammelt auf der Fashion League in Berlin. Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mit einem Hammer Gewinnspiel für euch. Die Fashion League im Januar ist rum, die neue steht schon vor der Tür und hier habe ich all die Goodie Bags von der Fashion League für euch zusammengesammelt. Verschiedene Tees, Kosmetikprodukte, ein Original in der Horscheck Handy Case. Hier haben wir ganz viele Leckereien, natürlich auch die ganzen Jutebeutel, Kosmetik ganz, ganz viel und obendrauf legen wir noch eine vegane Lederreisetasche dazu. Also ein Hammer Gewinnspiel und es freut mich total, euch das anbieten zu können. Ganz wichtig, wie ihr teilnehmen könnt, erstmal den Channel abonnieren und dann in die Kommentare reinschreiben, worum ausgerechnet du all das gewinnen möchtest. Und dann mit viel, viel Glück hast du auch schon gewonnen. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir haben ein Ziel, eben heuer 130 Jahre Jeringer Weißbier. Und zu diesem Thema wollten wir auch einen Film bringen, der es einfängt. Und dann setzen wir uns im Haus zusammen. Wir machen sehr viel kreative Arbeit selber im Haus.